Hätte man jetzt schon mal die Drohnen angeschmissen. Ey, hör auf mich immer damit zu nerven. Nö. Und das schlampje Aluminium kommt hinzu. Die Aluminium-Solomba. Es winkt nur, als sie trinken dabei haben. Trinken ist wichtig. Tag, Leute. Wir sind's wieder. Richtig. Der winkende... Junge Phil. Moin. Und ich, der in Weiß und Bartweiß, alte Phil. Die Sonne geht grad auf. Hier. In Philo Schmelo. Und wir sind hier, weil wir das Gebäude der Produktion verschmolzene, ich glaube, modulare Rahmen heißt das, erweitert haben jetzt auf irgendeine Kühleinheit. Und die Kühleinheit, das läuft alles bis auf den Stickstoff. Der Junior wird sich nach hinten begeben. Nach hinten auf der Map bedeutet wirklich äußerste Ecke irgendwie Map. Die Richtung in etwa, wenn man auf der Map guckt. wird dort noch eine reine, einen reinen Satelliten anschließen vom Stickstoff. Dann haben wir nämlich 240 Stickstoff hier, 225 brauche ich für die gesamte Produktion, für die gesamte Gegend hier. Äh, da sind wir dann safe. Er nickt. Passt. Hätten wir jetzt schon mal die Drohnen angeschmissen. Ey, hör auf mich, immer damit zu nerven. Nö. Die können wir doch schon anschmeißen. Da hättest du schön ein Kupferblech kommen lassen, Kunststoff. Ja, aber ich muss ja jetzt das andere machen. Würde ich das jetzt auch gerne machen? Ne, das machst du danach. Okay. Genau, das macht er danach. Und wir haben dann hier nämlich die Kühleinheiten. Und dann muss ich nochmal gucken, was brauchen wir für den restlichen Meilenstein. Wir brauchen diese 400 Kühleinheiten. Und wir brauchen 400, ne 100 Turbomotoren. Und dafür brauchen wir diese verdammten Kühleinheiten. Das heißt, das ist ja eigentlich nur ein Zwischenprodukt für die Turbomotoren. Und Turbomotoren herstellen ist ein Riesen-Act. Und Leute, es ist echt warm. Wir draußen sind es immer noch 30 Grad und es ist mittlerweile Abend. Zum Glück kommt so ein bisschen vom Berg lang runter frische Luft. Da oben scheint es zu regnen oder hat geregnet. Vielleicht wird es besser, aber auch aufgrund des Straßenlärms lasse ich hier jetzt das Fenster zu, wenn wir aufnehmen. Und so richtig erfrischende Sonne und nicht was da reinkommt. Deswegen immer zu trinken dabei haben. Trinken ist wichtig. So. Nachdem Deutschland jetzt hier 4-2 gewonnen hat. Die ist jetzt auch endlich hier das Dach fertig. Von daher, Prösterchen Leute. Excuse me. Nice. So. Jetzt werden wir schon mal alles für ein Stückstoff vorbereiten. Oh mein Gott, das ist ja mega geil. Gas braucht, ist ja scheißegal wie hoch und so, ne? Ja. Gas braucht keine Pumpen. Kann ich das einfach hier den Berg hoch? Ne, du müsstest ja nur dort an das eine Rohr anschließen, was eh schon da ist. Ach so. Du musst es ja nicht hierher legen. Es ist ja schon hier. Ich brauche bloß die entsprechende Menge. Ich aber irgendwie gerne. Ne, das brauchst du bitte nicht. Das machst du auch bitte nicht. Ich brauche nur die ausreichende Menge. Und da wir unter 300 sind, passt alles so weit, wie es ist. Wenn das so ist. So, jetzt komme ich da nicht hin. Doch, ich komme da hin. Ach, yes. Zack. So. Falsche Taster. Oh Mann, ey. Zum Glück nur aufs Rohr gerettet, ey. Scheiße. Okay, dann kümmere ich mich mal um ein gutes Design des Drohnenports. Äh. Ja, ja, ja. Mach das. Vor allem schließen wir bitte Batterien an und so weiter, dass wir das Ding auch nutzen können, dass es nicht was hübsch aussieht, weißt du? Mhm. Mhm. Musik Also, es könnte soweit sein Kriegstofflicht an Läuft Also, wir lassen jetzt erstmal die Kühleinheiten hier produzieren, okay? Ähm, ja, die würde ich dann in den Container von Dings mit reinmachen Ja Ähm, die verschmalzten Rahmen, meinst du? Genau, ja Okay, die kann ich ja denn alle irgendwann zusammen auf ein Band befördern, wenn die sowieso da alle reinkommen in einen Container Das mache ich dann jetzt, okay? Okay Alle 32, was ist das für eine Zahl? Alle 32 Sekunden haut der so einen verdammten Turbomotor raus Brauchen wir diese Kühleinheiten noch für irgendwas anderes? Weiß ich nicht Okay, und wir brauchen ein paar für den Beschleuniger zum Bauen Also, wir brauchen diese Kühleinheiten für den Beschleuniger, wenn wir einen bauen wollen Ja Da brauchst du, glaube ich, 50 Stück Und ansonsten brauchen wir das nur für den Turbomotor Dann benutzen wir das auch gleich für den Turbomotor Der Turbomotor, den Turbomotor und die Kühleinheiten brauchen wir aber zusätzlich nochmal für die Thermal Propulsion Rocket Also für irgendwas, Meilenstein, goldene Tasse und so weiter Was? Ein, so ein Meilenstein-Ding für die goldene Tasse Weil eine Tasse würde ich keine haben Ja, ja, genau, genau Ja, da brauchen wir eben nochmal welche So, von daher würde ich jetzt bei diesen einen Turbomotor pro Minute bleiben Ja, wie, wie, wie Ich würde das direkt für, ähm, den Turbomotor dann auslegen Ja, ja, warte mal So, wir brauchen mehr Gummi Und zwar 24 Aber den haben wir ja auch schon Ich habe ja nochmal 60 zusätzlich Davon gehen 12 weg Plus nochmal 24 macht also 36 Kann ich abhaken So, Plaster Wir brauchen 58 Plaster Und diese 58, die haben wir doch übrig Die müssen wir nur von unserem Containerdorf hierher kriegen Ja, ist die Frage, machen wir das hier Okfa, Kupfer hast du ja angeschlossen hier, ne? Genau, Kupfer hast du hierher gelegt Diese 92, die ich brauche Aber was ist das für eine Quelle? Die ist normal Die ist normal, macht also 120 Okay, die müssen wir pimpen Ich brauche in Summe 187 Die müssen wir pimpen So, Eisenerz Eisenerz kriege ich auch von hier Muss ich zur Not pimpen So, Wasser haben wir hier Sehr schön Kohle Haben wir auch da Oxid Also, ich hätte gesagt Dass wir unten Dass wir erstmal Alle Drohnen machen Wo Produkte reingehen Wir werden keine Produkte reinbringen Doch, doch Also, wir bringen ja Produkte in die Drohnen rein Und dann können wir immer Die Drohnen anfordern und so Und ja Das geht ja so Wir machen Produkte in die Drohne Und fordern die dann an Und dann kriegen wir die Produkte Ja, ja, klar Dann hätte ich gesagt Machen wir halt die unteren Schichten Dort, wo nur Produkte reingehen Also da, wo wir Produkte abrufen Wenn wir irgendwo sind Und was brauchen Dann rufen wir dort die Produkte ab Genau 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 Und dann machen wir Einen Drohnenport Der heißt Müll Da können wir Wenn wir zu viel Müll In unserem Inventar haben Können wir dort immer Unseren Müll reinpacken Und dann geht der immer In einen Doppelcontainer rein Und der ist dann irgendwo unten In der Base Und dann kann man den Müll Wenn man wieder zurückkommt Irgendwo einsortieren Oder einen Schredderer werfen Von selbst Ja, wenn es gleich Müll ist Kannst du so gleich einen Schredderer Na Okay, du meinst auch Sachen Die kein Müll sind Die aber scheiße im Inventar sind Ja, oder Ja, eben einfach die überflüssigsten Oder zum Beispiel Wenn du SRM-Erz Irgendwie aus Versehen abgebaut hast Ja Ja, ja, klar Aber auf jeden Fall Dass da dann Eine Drohne ist mit Müll Ja Wo man dann immer Müll reinwerfen kann Und dann sind ganz oben Die Drohnen Die von einer Produktionslinie In die Base kommen Und dort die Produkte hinbringen Mhm Oder halt ganz oben Sind einfach die Drohnen Die Produkte Zu einer Produktionslinie hinbringen Oder wegnehmen Ja Ja, genau So hätte ich das gemacht Ja, also wir haben dann Drohnen Die auch einfach Produktionen beliefern Einfach da immer nur hin und her fliegen Genau Mhm Und das schlampt hier Aluminium Kommt hinzu Die Aluminiumschlampe Willst du mir hier ein bisschen Beim Drohnenport helfen? Ne, ich bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt Wenn du dann noch fertig bist? Das wird noch mehrere Folgen dauern Jetzt kriege ich das da drin auch nicht geändert Oh nein, ey Die Quarzquelle, die wir da haben In der Höhle Das war ja eine normale, ne? Mhm Ist die schon übertaktet? Aber ich glaube, dass sie nicht übertaktet ist Ja, die macht doch bloß 120 Ich muss die komplett übertakten Zum Glück Genau die drei habe ich noch Okay So Leute, also Die normale Quarzquelle habe ich jetzt übertaktet Aufs Maximum Da kommt dann 300 raus Brauchen tun wir 270 Da jüdeln wir jetzt richtig raus Den Quarzsand Also die Batterien Die laufen in In die ersten Drohnenports Okay Oder in den ersten Ich habe glaube ich erst einen angeschlossen Aber jetzt schließe noch die anderen an Ja, falsche Ebene Scheiße Oh, der Drohnenport ist voll Hat er auch schon nachgeladen Oder aufgeladen Kann ich in die Drohne gucken? Okay Jetzt schließe ich den noch an Liebe Leute Und dann ist hier heute Ende Und dann ist hier heute Setzen wir jetzt da noch einen Splitter davor. Soll es den so einen en 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 Das kann ich denn nicht mehr Das kann ich denn nicht mehr en 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 1 2 3 4 5 5 65 300 300 Aluminium Bahnen Produzieren wir hier jetzt Das bedeutet 300 Aluminium Bahnen Hier hauen wir schon mal 225 Voraus bleiben also 75 übrig Und hier brauchen wir 48 Erledigt Genau, wir müssen jetzt noch das Wasser auf 111 erhöhen Und der Rest kommt durch die Anlage Da hinten irgendwo So Er zieht nämlich derzeit auch das Maximum 111 Das haut er durch Ich So Sag ich jetzt mal Ich glaube du willst das grauenvoll finden aber ich werde es wundervoll finden Okay das heißt das scheiße zusammengebaut das funktioniert aber Oder was Ne es ist eigentlich relativ Es ist einfach nur kompliziert Jo Kreuzende Hast du kreuzende Nein Gott sei Dank Also jetzt Ne Jetzt nicht so dass sie komplett ineinander kreuzen Aber dass sie sich so streifen das gibt es schon Hm Okay Leute wir machen jetzt hier nach dieser Speicherung erstmal einen Schnitt Ich muss auf jeden Fall diese Keine Ahnung Was wird da hinten gemacht eigentlich Diese Kühlteile Die Kühlsysteme Die muss ich abführen Weil jetzt gerade diese Aluminiumproduktion stocken Und damit das jetzt funktioniert Damit wir die Turbomotoren basteln können Werden wir einfach aus unserem Lager einige Sachen dann abführen Eventuell werden wir die einfach dann auch im Lager Oder beim Lager in unserer Hauptbase Zusammenbauen Wie sie dort hinten zu sehen ist Wo der Junior mit den Drohnenport Noch Drohnenport Demnächst den Drohnen Airport hoffe ich Was ist das für eine lange Stange da hinten Äh das könnten der Äh Aufzug für Batterien Akkus Sein Ne gut Ja wie auch immer Ist es dort an der Wand Ne 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 Okay Kann sein dass es eine Antenne ist oder irgendwie sowas von den Drohnen Zeugs oder so Weiß ich nicht Also der Junior hat da hinten den Drohnenport weiter gebastelt und hat mir noch den Äh Stickstoff gepimpt Dass ich dann hier eben auch äh ja das gut produzieren kann das ganze Diese Kühleinheit äh und die brauchen wir ja für den Turbomotor So und wir produzieren jetzt glaube ich sechs Kühleinheiten und werden aber bloß ein Teil davon für den Turbomotor verbrauchen Wir brauchen auch später Kühleinheiten und die Kühleinheiten muss ich jetzt aber auch noch abführen Und was sie jetzt am vorbereiten war ist das jetzt alles für die Turbomotoren denn ans Laufen kommt Das heißt Quarz habe ich jetzt gepimpt Die Aluminium Casings die wir brauchen werden denn auch jetzt produziert Das muss ich dann Aber reichen die Kühlsysteme für die Turbomotoren? Ja wir werden ein Turbomotor pro Minute raushauen Dann dauert das eben 100 Häh? Für? Ja 100 Minuten für den Meilenstein Und dann brauchen wir nochmal Turbomotoren Ich hatte es nachgeschaut ich weiß es nicht mehr Für eine Sache also Ey du willst niemals unter den Drohnenport gucken ey Das ich glaube du wirst sowas von ausrasten Ja ich guck da nicht hin Ich weiß nicht mehr ob du das verstehen wirst Ja ja ist ja egal So jetzt Turbomotorenproduktion Das heißt auch viele Produkte Computer und so weiter KI Begrenzer und keine Ahnung was wir da alles brauchen Das holen wir alles aus dem Lager weil wir da eh eine Überproduktion haben Das können wir da eben nutzen und müssen nicht nochmal einen Produktionszweig aufbauen Das heißt aber auch dass wir das eventuell dort drüben dann auch irgendwo produzieren werden Bedeutet dass die Bahn die Kühlsysteme hier wegschippern muss und den Rest machen wir dann da drüben Ja oder wir versuchen das mal Ach ne Ne doch machen wir das Ja stimmt Ne 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 mit Drohnen ist schon richtig Ja aber die Drohnen da würde ich das halt so machen dass wir unten halt die Produkte nehmen Die dann in die Drohnenpots rein machen und dann können wir immer die Drohnen von unten anfordern und die oberen Drohnen das sind die für die Produktionslinien Richtig Das heißt da müsste ich jetzt erstmal noch ein paar Stöcke nach oben basteln Jo Irgendwie wo 50 Drohnenpots dran sind damit wir da alle Produkte hinkriegen können Ja junger Mann das musst du Okay 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 ne dann mach ich das Sehr schön sehr schön Ich bin ja auch noch beschäftigt mit der Optimierung und mit Pimpen von irgendwelchen Anlagen damit das auch dann das was wir eh noch produzieren müssen Dass das dann funktioniert So Leute aber in dem Sinne und dieser Aussicht sagen wir beide jetzt adios Lasst bitte einen Daumen oben da und ähm Rubelt euch nicht zu viel in den Ohren rum Lass Kommentare da und ähm Ja teilt das gerne Ich weiß nicht ob das geht Ahja wenn das nicht geht mit den Kommentaren ähm Dann lasst einfach Kommentare in den anderen Videos da wo es geht Im Anhang ist auch noch was verlinkt äh Playlist äh und Ja mal gucken vielleicht auch ein Video zu irgendwas anderem Äh schaut einfach mal rein Sonst würden uns freuen und ähm Jo also in dem Sinne bis zum nächsten Mal Ciao ciao Oh